Was ist denn das für ein RNG, bitte? Von der Leichtigkeit her zu lernen, wäre fast Cuphead ein bisschen besser. Also ich glaube, dass Cuphead eine Spur leichter ist, als wie Hollow Knight zu lernen. Außerdem habe ich Cuphead, ehrlich gesagt, schon ein bisschen trainiert, über die ersten zwei Gebiete, sollte ich schon komplett Hitlers durchkommen. Ist das, was sich als Hollow Knight leichter ist? Ah, okay. Ich habe das gar nicht so beobachtet, wie viele das jetzt wirklich ranen und hast nicht gesehen. Ich weiß auch nur, dass die Kategorie bei Team Mittels gibt, Hollow Knight und Cuphead. Aber wie viel das wirklich machen, habe ich gar nicht beobachtet. Ich meine, ich möchte auch irgendwann mal mein Herzensprojekt angehen. Das ist Spyro the Dragon, wer das von früher kennt, oder Spyro the Reconyte, eine Zylogie. Und möchte auch da mal quasi einen Nohithra machen. Ich glaube, jetzt will ich Spyro durchspielen, ohne einmal Gator zu werden. Aber das ist mehr ein Herzensprojekt von mir, weil das ist, wenn ich mit dem Game aufgewachsen bin. Lassen Sie viel weniger Bosse, ja. Das ist true. Das stimmt schon. Aber bei Hollow Knight habe ich dann zwei Sachen vor. Da will ich einmal den Anypersons lernen und zum anderen das fünfte Pantheon. Will ich auch lernen Hitlers. Du stehst vor. Ich weiß nicht, warum ich da nicht weggedotcht bin. Ich weiß nicht, warum ich da nicht weggedotcht bin. Ich weiß nicht, warum ich da nicht weggedotcht bin. Was bei ihnen Ivka? Ich werde nicht besiegt. Ich kann nicht. Ah, kappert wahrscheinlich. Okay. Oder nicht wahrscheinlich nicht. Okay. es kommt der pecke wieder in mir raus und die müdigkeit verfliegt langsam von selber und die müdigkeit verfliegt und die müdigkeit verfliegt Was ist das? Oh mein, ich bin der M-N-Z-B 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 Noch... Ich will mich so... ...kommel... ...warte, es geseh'n es hier... ...und Rocky... ...was... ...ich... ...ich... ...ich wohnen... ...was ist... Bu... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin sicher, ihr seid alle schon in... Ich bin sicher, ihr seid alle schien, ihr seid alle schien... Okay. 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 Ich bin noch nicht fertig, Shinobi des göttlichen Erben. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, aber ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ich bin auch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Na komm. 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 Und tschüss. Na komm. 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 A komm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? 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 Wie ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist denn das für ein RNG bitte? Das war der längste Elbkampf, den ich hier hatte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mega! Sehr fein! Und wie geht's hinbeher? Spiel doch Dark Souls! Oh nice! Ja! Äh! 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 Schau wie es brennt! Äh! 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 Geh weg von mir Geh weg Geh weg Wie magst du, dass ich da wieder runter klatsche? Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geht Felzizen Keh weg Geh weg Geh weg Gehe Das war's für heute. 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 Oh, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, cool. Oh, cool. Oh. 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 Jo! Der Tod eines Schattens. Ihr habt mich gut ausgebildet. Gut. Kämmer. Danke. Keine Ahnung, das ist, weil ich es mich eingeprägt habe. Ich bin nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ja, aber das ist einfach so extra andrainiert, das ist so automatisch drinnen. Ja, und das... Weil ich mir gedacht habe, falls ich mal noch Hit mache, das sollte wirklich irgendwann mal als ein Hit zählen. Das ist jetzt was, das weiß ich jetzt, dass es egal ist. Aber das, weißt du, Massenmemory. Krieg das mal wieder raus. Habe, und? Wie hab ich da? Ich habe, ich steh. B2. Ich möchte... Wie rum und die. Oh, es stelle dich. Ja. Hier. Das wurde... Könnt ihr was brich? Mit. Oh, dort, das. Ja, das schon, ja. Ja, das schon, ja. Ja, das schon, ja. Echt? Okay. Wolf. Ich will das Zwiege das Räuchergefäß erwischen. Sofa Schreiber zu fast Kacke, kann ich mir vorstellen Hallo, du bist ja doch munter Und los, auf zur Nonne Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass Schreiber am TV Kacke ist Ah, es sieht manche Scare aus, findest du? Ich sehe es vielleicht irgendwie ein bisschen anders Was ist das? Was ist das? Oh ja. Das war fast ein Quick Attack. Ich weiß nicht, warum sich die Nord bei mir so extrem viel bewegt. Ich weiß nicht, warum ich die Nord bei mir war. Ich weiß nicht, warum ich die Nord bei mir war. Ich weiß nicht, warum ich die Nord bei mir war. Aber, wie gesagt, das muss ich jetzt mal üben. Das habe ich noch nie gemacht. Ich sehe aber schon ein paar Mal auch mit dir, Andem, aber so traue ich mich, dass es nicht auf das Affekt rauskommt. Ich weiß nicht, warum ich die Nord bei mir war. Ich weiß nicht, warum ich die Nord bei mir war. Ja. Ich weiß nicht, warum ich die Nord bei mir war. Ich weiß nicht, warum ich die Nord bei mir war. Okay. Opa, hab ich voll vergessen das Spiel weiter zu drücken, tut mir leid. Ein braver Fischer tut das was er tun soll. Ob es auch wie gelernt sind. Ein braver Fischer tut mir leid. 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 Hat er nämlich noch den Ast raus oder hat er es gerade getäuscht? Ein braver Fischer. Ein braver Fischer tut mir leid. 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 Okay. 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 Danke, dass du immer draufknüppeln. Danke. Hast du recht? Ich schiebe. Du hast es hier. Hier der Kuh wieder raus. 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 Danke. Wählen wir es noch offiziell, das heißt Katze überspringen, Time Ende, sobald die Katze ins Kommen, jetzt 1 Stunde 19 Minuten 24, als du da nach hinten gejumpst, bei dem einen Move, wo er die Schwerter geholt hat, da musstest du das mit daran, echt, das locker, das habe ich locker. Wir haben es geschafft, Immortal Severance, No Damage Run ist unser, ist schon immer Schluss war hart, aber wir haben es ihm gezeigt. Wenn ihr in der Zukunft mehr sehen wollt, habt ihr die Möglichkeit auf Twitch, das drehe ich regelmässig, ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal, haut rein!